Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Lass gerne deinen Like, deinen Kommentar und dein Abo da. Wir haben heute das Tagesorakel für den Freitag, den 26. Juli. Wir haben mit dabei das Orakel der sieben Energien von Colette Barron-Reed und Christina Arana-Fader mit den Elben. Weisheiten aus einer anderen Dimension. Das Team muss Licht mit Gledermann und nach dem Schnelldurchlauf geht's direkt los. So, liebe Seele, es sieht sehr stark nach einem Zykluswechsel aus. Also Transformation ist angesagt. Ja, der Freitag steht unter wundervollen Sternen, auch mit Festigung. Hier geht's um deine Stabilität, hier geht's um deine Verwurzelung, also auch um dein Wurzelschakra, dass hier eine höhere Verbindung zu dir selbst auch angenommen werden kann. So, der neue Zyklus bewegt sich gerade im Ahnenbereich, was natürlich auch aufzeigt, dass dir viele Fehler der Vergangenheit so ein bisschen durch den Kopf gehen werden, dass du viel darüber nachdenkst, wann hast du zu früh gehandelt, wann hast du zu lang gewartet. Es geht hier so ein bisschen auch um eine Entscheidungsfindung für deinen Jetzt-Moment. Ja, gerade hier beruflich kann sich dir etwas sehr, sehr Starkes, Sicheres öffnen, wenn du dich dafür bereit machst. Es ist auch wichtig, dass du heute siehst, dass diese emotionale Ebene von dir, deine Emotionen vom Außen sehr, sehr gut wahrgenommen und eingeschätzt werden können und so eine hohe Kompatibilität zueinander besteht. Das bedeutet, im kommunikativen Bereich wie aber auch im sensiblen Bereich bist du deinem Außen heute näher, als du denkst und das ist sehr, sehr schön zu erkennen und vor dem Löwentor haben wir den Löwen in dir erwecken. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, ja, überraschend. So, es soll ja deine Stärke präsentieren. Es soll deine Willenskraft aktivieren. Du sollst natürlich dir selbst auch beweisen können, dass auch ein schwerer Weg sein Ziel finden kann, aber auch die Führungskraft in dir wecken. Ja, nicht nur eine Hand suchen, die dich führt, sondern diese Hand auch wirklich führend annehmen und sagen, schau mal, begleite mich aber auf meinem Weg. Das ist so die Balance, die du in deinem Leben finden kannst und nur so kannst du dann auch in deine kleinen positiven Schritte nach vorne gehen. Das Schöne ist, du festigst es für deine komplette Zukunft heute, daher hast du einen sehr hohen transformativen Tag, aber es kann auch sein, dass du heute sehr stursinnig bist, weil du denkst, es gibt nur diese eine Wahrheit. Hier gilt es auch ein bisschen in die Kompromissbereitschaft zu gehen. Zeig deine Willenskraft, zeig deine Stärke, geh aber nicht in die Sturheit und merke, dass Transformation auch mal bedeutet, ich lasse die Kontrolle los. Ja, Landas Botschaft, der Frieden kommt zu dir. Das ist schön, weil dein Kampf in dir somit aufhören kann. Also, so ein bisschen das Runterkreditieren, das Diskreditieren von dir, diese leichte Selbstsabotage, die du dir emotional und auch deinem inneren Kind öfters mal angetan hast. Das alles wird jetzt ja Geschichte sein und zumindest jetzt erstmal nicht mehr aktiv. Daraus entsteht aber gespiegelt dann schon der Fortschritt für eine Öffnung zu einem neuen Prozess, mit dem du dich zu verbinden hast, der aber auch ein Ahnenthema wieder mit sich bringt. Also, Wiederholungsgefahr besteht heute ebenso. Achte darauf, wer auf dich zukommt, was sich wiederholt, dass du dein Fehlverhalten von früher nicht wiederholst. Genau deswegen kommt dir heute auch sehr viel durch den Sinn. Hätte ich früher reagieren sollen, habe ich richtig reagiert. Ja, der Frieden kommt zu dir, wenn du deine Wiederholung selbst durchbrichst. Ja, den Geist beruhigen. Ja, Overthinker, Überdenker dürfen wir jetzt ganz genau zuhören. Den Geist beruhigen zeigt sich hier in dieser Waagschale. Nicht so viele Impulse vom Außen annehmen. Vielmehr auch hier in die Ruhe, in die Selbstsicherheit gehen. Dem Geist auch mal ein bisschen Klarheit schenken, dass es nicht wichtig ist, immer alles sofort zu verstehen. Das ist auch gar nicht möglich. Und mit zu viel Denken macht man sich mental nur krank. Deswegen auch mal den Geist beruhigen, sich selbst nicht so ernst nehmen und dadurch auch das eigene Ego mit den verletzten Bedürfnissen nicht dauerhaft füttern. Ja, auch das ist im Löwen natürlich herzlich willkommen. Die Augen zuzumachen vor einem wahren Impuls, den man vielleicht nicht wahrhaben möchte. Dass man vielleicht auch eingestehen muss, Unterstützung zu bekommen, was man eigentlich nicht eingestehen möchte. Und vor allem, dass man Ratschläge mal betreuen darf und wahrnehmen darf, obwohl man das eigentlich nicht möchte. Hier entsteht aber trotzdem ein Feld der Sicherheit dann. Das ist sehr, sehr schön, weil dein Außen energetisch sehr auf dich achtet. Du selbst gehst hier in eine leichte Energiefrequenz, die zeigt, dass du dich frequentiell in dem Aufstieg deiner Berufung befindest, in deiner Menschlichkeit, aber gerade eben noch die inneren Kindthemen präsent sind. Deswegen bist du hier nicht so zwischen den Welten gefangen, sondern bekommst den schönen Hinweis, achte auf dich selbst und beruhige deinen Geist. Dein stiller Ruf nach göttlicher Ordnung wird erhört. Öffne dich für das Licht, das zu dir strömt. Und hier merkst du, dass deine Gedankenkraft, wenn du sie aktivierst, weil du nicht zu viel denkst, sondern wirklich gezielt deine Wünsche, Bedürfnisse aussendest, dass hier dann auch eine Veränderung schon herkommt. Denn wir haben ja den Fortschritt in Beziehungsthemen, wir haben den Fortschritt in Geldthemen und du hast den Fortschritt hier auch liegen im beruflichen Thema. Das ist für den Punkt jetzt ein unglaubliches Tor, was du nur durchschreiten musst und Kontrolle abgeben darfst. Dass du nicht immer meinst, du bist für alles verantwortlich. Natürlich lebt es sich so einfacher, aber eben auch druckvoller und man hat eine höhere Sorgenlast auf sich. Gebe ab, es ist nichts Schlimmes. Es ist auch nicht schlimm, es nicht immer allen recht machen zu können, weil du darfst auch dir mal etwas Rechtes tun. Sehr, sehr stark und deswegen achte da drauf. Ja und dann wirst du spüren und sehen, dass das alles, was du jetzt dann schon umsetzt, Früchte trägt. Und deswegen verwurzelst du dich auch so enorm stark mit deiner emotionalen Basis. Das bedeutet, du gehst nicht mehr in diese Überreaktion, du gehst nicht in die Themen rein, die dich runterziehen, sondern du bist wirklich gelassen, bleibst bei der Sache, zeigst deinem Gegenüber auch, dass du jetzt nicht bereit bist, Diskussionen zu führen, sondern ein Miteinander die Welt besser macht als ein Gegeneinander. Und diese Früchte sind dann Harmonie. Und was ich vorhin gesagt habe, finde deine Balance, kommt hier jetzt auch, finde dein Gleichgewicht, bringe alles in dir um und um dich herum in Balance. Entschuldigung, das gibt dir natürlich deine Selbstsicherheit heute. Vor allem geht es aber darum, nicht zu husten. Nein, es geht darum, einfach dein Gleichgewicht in dir zu finden, was eben diese emotionale Sicht ausgleicht und vor allem dir den Mehrwert des Lebens mitgibt. Wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann schau in die Videobeschreibung. Ansonsten bis morgen. dann gehen wir mit uns zusammen. Vielen Dank.